Kaum zu glauben, nur einen Punkt lag die Austria zu Jahresbeginn vor einem Abstiegsplatz. Und jetzt kann die Austria mit einem Sieg am Freitag den Herbstmeistertitel fixieren. Ein Sieg, der von vielen erwartet wird. Doch Trainer Robert Michael weiß, die Young Violets sind auf Touren gekommen. Zuletzt holten die Wiener auswärts zwei Siege und ein Unentschieden. Es ist jedes Spiel irrsinnig schwer, ob gegen den letzten oder gegen den zweiten. Wir müssen einfach von der Einstellung her auch voll entgegenhalten. Ein wesentlicher Faktor am Freitag, die Fans. Seit 18 Heimspielen gab es keine Niederlage mehr. Wir sind sehr froh, auch jetzt bei der Heimstunde am Freitag sieht man, wie positiv alles ist. Und bei den Tipps sind wir auch dafür verantwortlich, dass es so bleibt. Und ein Glücksbringer schaut am Freitag auch vorbei, das Christkind. Ich hoffe, es bringt Glück, nur wir haben ein Problem, was tun wir da nächstes Jahr im Februar. Nein, wie gesagt, ich freue mich und hoffentlich ist es ein Glückssänger. Forza gala alle, viola alle, viola alle, alle!